Einen schönen guten Abend zur Lokalzeit Südwestfalen. Und jetzt sehen wir schon die Viertklässler der Marienschule in Lennestadt-Saalhausen. Mutig und aufgeregt in Leuchtfarben auf der Straße unterwegs, ausgerechnet bei dem Herbstwetter. Die Fahrräder sind vor dem Training auf ihre Verkehrssicherheit geprüft worden. Theorie gab es vorab im Klassenraum und Geschicklichkeitsübungen auf dem Schulhof. Und heute Morgen dann der Praxistest im echten Straßenverkehr. Gut gemacht. Und wir drücken die Daumen und Memo nochmal an uns Autofahrer. Gerade im Moment, wenn die kleinen Fahrradprüflinge bei uns unterwegs sind, nochmal besonders aufmerksam und vorsichtig fahren. Aber das gilt natürlich immer, klar. Zivilfahnder der Polizei haben in der vergangenen Nacht einen weiteren Brand in der Siegener Innenstadt verhindert. Als sie einen Verdächtigen festgenommen haben, gab es die Überraschung. Denselben Mann hatten sie schon in der Nacht davor kurzzeitig wegen Brandstiftung verhaftet. Weil der Verdächtige gestern an Papiercontainern gezündelt hat, die direkt an einem Gebäude stehen, ermitteln die Beamten jetzt wegen versuchter schwerer Brandstiftung und behalten den Verdächtigen direkt ein. Ja und jetzt, genießen Sie die Aussicht einfach mit. So schön ist es bei uns im Hochsauerland. Das ist der Olzberg in Olzberg. Und dieser kleine rote Tupfen da, das ist Johanna Reinert, Auszubildende im Tourismusbüro Brilon Olzberg. Und da oben ist einer ihrer Lieblingsplätze. Mit einem Foto von sich und dem Ausblick möchte sie ganz Deutschland zeigen, wie schön es bei uns ist und die Gegend bekannt machen. Und hat sich beworben bei einem Wettbewerb. Der Deutsche Tourismusverband sucht den schönsten Ausbildungsplatz Deutschlands. Und für Johanna ist der ganz klar hier. Wow, nix wie hin, oder? Und vom schönsten Arbeitsplatz zum schönsten Platz nach getaner Arbeit, also für den Ruhestand. Und zwar für Pferde im Ruhestand. Sieht schön aus da, ne? Auf der Weide. Wir haben einen Gnadenhof für alte und kranke Pferde gefunden, auf dem sie es nochmal richtig gut haben und liebevoll umsorgt werden. Wir möchten Ihnen die Menschen dahinter vorstellen. Ein Paar aus Drollshagen sorgt mit ganz viel Herz und Zeit dafür, dass alte Pferde auch mit Wehwehchen hier ein schönes letztes Zuhause haben. Auf dem Geschichtsbrunnen in Olpe sehen Sie die wichtigsten Ereignisse und Persönlichkeiten der Stadtgeschichte. Und einer davon ist der Herr, den wir Ihnen jetzt zeigen, Franz Hitze. Der hat mit dafür gesorgt, dass das Arbeitsleben sozialer wird. Dass Arbeitgeber dafür sorgen, dass es den Arbeitnehmern auch gut geht. Denn der Mann aus Olpe, der hat vor über 100 Jahren gelebt. Und da wurden Arbeiter und Arbeiterinnen noch richtig ausgebeutet. An Franz Hitze erinnert morgen die katholische Arbeitnehmerbewegung Olpe-Siegen mit mehreren Veranstaltungen. Denn viele Ideen dieses akribischen Sauerländers, die wirken sich bis heute aus auf unser Arbeitsleben. Schön da. Und es gibt auch den Franz Hitze-Wanderweg rund um Olpe. Da können Sie die Geschichte des Sozialreformers beim Spazierengehen nochmal erfahren. Startpunkt ist der Geschichtsbrunnen. Geht insgesamt 18 Kilometer. Es gibt aber auch kürzere Etappen. Und wir bleiben nochmal beim Wandern. Und gratulieren Bad Berleburg. Das darf sich jetzt Premium-Wanderort nennen. Nach eigenen Angaben als erster in Nordrhein-Westfalen. Am Wochenende hat der Gasometer in Oberhausen wieder eröffnet. Vielleicht waren Sie schon mal da. Wir gucken heute mit Ihnen hin, weil es erstens die höchste Ausstellungs- und Veranstaltungshalle in Europa ist. Gerade frisch restauriert. Und weil es zweitens da jetzt auch noch eine richtig tolle Ausstellung mit einem wichtigen Thema gibt. Preisgekrönte Fotos und Videos zeigen, welchen Einfluss wir Menschen auf die Erde haben. Titel? Das zerbrechliche Paradies. Für unbeständige Verhältnisse, das warten wir ab. Das war Ihre Lokalzeit Südwestfalen am Mittwoch. Jetzt geht es hier weiter mit der Tagesschau. Morgen mehr. Schönen Abend.